Ich hab ne technische Probe gemacht. Geben Sie mir keine Regieanweisung, ich kann mich vertragen, ich werde alleine was machen. Ja, technisch, aber nicht sagen, wie ich's machen soll, das mach ich halt an denen. Nein, nicht ganz. Doch, vollkommen alleine. Oder Sie stellen sich hin für mich und machen's. Sie wollen immer halbe Sachen, Sie haben einfach Schiss vor Konsequenzen. Und wenn jemand sich aufrechtert, Sie kommen mir sofort wie Gründchen, wo Feene immer gesagt hat, der hat wohl Schiss davor, deswegen mach das nicht. Und wenn Sie einen Erregten haben wollen, dann lassen Sie ihn erregt sein. Und sonst sagen Sie, er ist nicht erregt. Gut, ja, ich kann ja... Also! Also, drehen wir's jetzt! Ja, ich muss nicht... Los, machen Sie die Kamera und drehen den Scheißbrech runter! Die Kamera dreht jetzt nicht. Ich spiel es jetzt so, wie ich will und aus! Gut, ja, aber wir müssen natürlich wissen... Endlich aufhören, nur mit Ihr, Ihre Hausfrauen Anweisungen zu geben! Sorgen Sie dafür, dass eine Szene wird kein Regisseur! Sie müssen bei mir lernen! Nein, natürlich lerne ich nicht! Sie sind ein Anfänger! Natürlich bin ich... Ein zwölten Regisseur sind Sie, aber nicht ein Regisseur für mich! Jetzt beleidigen Sie mich besser... Beleidigen! Beleidigen! Sie können mich gar nicht mehr beleidigen, als dass Sie mir Regieanweisungen geben! Allein dann ist ja eine Beleidigung! Sie können es zum Erkommenden sagen! Herr Kinski! Glauben Sie! Nein, natürlich... Auch gebe ich lieber das gemacht! Und auch Brecht! Und Sie werden es auch tun, mein Lieber! Das werde ich nicht tun! Das werden wir ja sehen! Das werde ich nicht tun, Herr Kinski! Das werden Sie ja sehen! Sie werden es ja sehen, ob Sie es tun! Sie machen das Falscheste, was Sie machen können! Sie benehmen sich so plump und so blöd! Und müssten eigentlich schon wissen, dass man mich ganz leicht behandeln kann! Indem man nur vor sich mit mir umgeht! Und das haben Sie ja anscheinend zu hören bekommen! Sie benehmen sich so plump, wie noch nie einer in meinem Leben bei der Arbeit! Sie stolpern von einem Augen, von einer Platz zum anderen! Und quatschen und quatschen und quatschen! Und Ihr Gehirn funktioniert nicht so schnell wie meins! Halten Sie die Klappe! Und Sie haben hier keine Funktion im Augenblick! Nein! Na Alter, das ist was anderes, das ist privat! Aber Sie unterhalten uns doch über den Film! Sie unterhalten sich darüber, ob mein Mann ein Regisseur ist oder nicht! Das kann ich äußern, wie ich will! Wenn Sie wüssten, wie Arbeit im Theater oder Film vor sich geht, dann haben das Leute schon tausendmal einer dem anderen gesagt! Es geht ja nicht um Privatbeleidigung! Privatbeleidigung? Na dann müsste ich ja dauernd beleidigt sein! Ich bin nicht privat beleidigt! Ich fühle mich gestört! In der Arbeit! Aber was Recht oder Dividuen oder was gemacht hat, ist Ihnen völlig egal! Das ist Ihnen egal, weil die Dursenbahnte nicht sind! Und das müssen Sie sich ihm abgewöhnen, meine Lieber! Ja! 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 Ja!